Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den besten Milchpumpe und elektrische Milchpumpe im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Milchpumpe und elektrische Milchpumpe im Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Philips Avent elektrische. Die elektrische Brüstenpumpe Avent ist in einem Set mit zwei naturnahen Behältern zu je 125 ml sowie den angeschlossenen Sitzen erhältlich. Auch Kappen sind enthalten, weshalb die gepumpte Milch gut eingespart werden kann. Die beiden Brustaufsitze verfügen über integrierte Massagekissen, die zusätzlich den Milchfluss stimulieren können. Das Pumpen erfolgt hier in zwei Stufen. Die Aufregungsphase startet den Milchfluss sowie drei langsame Remodi-Pumpen. Die Milch schließt sich aus. Die drei Saugstufen können auf Knopfdruck ausgewählt werden. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Philips Avent SCF332-331 elektrische. Diese elektrische Brüstenpumpe, die für den Vorurteils behafteten Gebrauch gemacht wird, stammt aus dem niederländisch-britischen Unternehmen Philips Avent. Die Pumpstation ist oval und kann sowohl mit einem Netzteil als auch mit Batterien betrieben werden. Darüber hinaus ist der Artikel ziemlich klein. Die Nutzung ist auch unterwegs kein Problem. Beim Pumpen arbeitet das Werkzeug in zwei Phasen. In einer Stimulationseinstellung fördern Sie den Milchfluss. Nach kurzer Zeit können Sie auf Knopfdruck auf drei Pump-Dom-Modi umschalten. Sie variieren in der Saugleistung. Auch im größten Modus wird das Volumen unter 50 Dezibel aufgeführt, sollte also kein Problem als Ganzes sein. Auf Platz 3 haben wir die Medela Swing Flex Elektrische. Diese Brüstenpumpe von Medela ist eine weitere Weiterentwicklung des Swing. Grundsätzlich sind die einseitigen Brustpumpen in zahlreichen Bereichen vergleichbar. Tragbares Desichen, Bedienfeld und Funktionen gleich. Auch hier wird eine Zweiphasenexpression angeboten, die zunächst den Milchfluss fördert und danach in den Pumpenmodus schaltet. Sie steigern oder reduzieren das Vakuum, indem Sie einen Knopf drücken. Die Innovationen in diesem Gartgit geben die Brustschütze aus. Zunächst einmal bestehen sie aus zwei Dimensionen im Set, was die private Option deutlich weniger kompliziert macht. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Medela Freshstühle Elektrische. Die Medela Freshstühle gehört zur Königsklasse der zwei Brustpumpen. Es überzeugt nicht nur mit einer Vielzahl von einzigartigen Funktionen, sondern betrifft Ihr Haus mit einem umfangreichen Set. Es kostet sie ein wenig mehr. Die bedeutendste Unterscheidung zu verschiedenen anderen Pumpen des Herstellers aus der Schweiz ist die Stromversorgung des Elektromotorsystems. Das funktioniert nicht nur mit einem Stromkabel, sondern auch mit einer wiederaufladbaren Uniso sellbaren Batterie. Mit den wenigen Schaltern steuern Sie alle Funktionen des Geräts. Auf dem beleuchteten Bildschirm können Sie ständig sehen, welches Setup derzeit aktiv ist. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Medela elektrische Milchpumpe. Die Medela Swing Maxi Flex eignet sich als elektrische Doppelwüstenpumpe für den normalen Einsatz mit die Zeitersparnis. Grundlage für die eigentliche Pumpe ist das Gerät, das bereits im Medela Swing zum Einsatz kommt. Dennoch hat der Schweizer Hersteller die Funktionen etwas maximiert. Die Schalter dieser Version sind unten aufgehellt, was auch das Ablassen in der Nacht einfacher macht. Unterwegs garantiert das Batterieverfahren flexible Anwendungsalternativen. Die Sammlung besteht aus einem Schlauch mit zwei Zweigen sowie zwei Pumpenwerkzeugen. Die elektrische Doppelwüstenpumpe umfasst zwei Behälter mit je 150 ml, eignet sich aber zusätzlich für verschiedene andere Flaschen aus dem Medela Sortiment. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergesst bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.